moher freunde herzlich willkommen zu einer neuen verlosung part 2 droblocks hatten wir schon ein gewinner war natürlich ich habe ja selber am glücksrad gedreht habe die teilnehmer aufgeschrieben also darum geht es jetzt nicht also ich verlose an euch satisfaktor kostenlos ich gebe euch dann die daten wenn ihr gewinnt ihr braucht nur discord das abonnent sein bei abonnenten mache ich dann die verlosung also die wird schon gestartet wenn jemand bei mir die 300 abonnenten ist oder abonnenten ist der bekommt dann die abonnenten das spiel satisfaktory stimmt's gut den daten gebe ich euch das satisfaktor drauf habe ich für einen euro gekauft und das werde ich vor allem verlosen freunde also lasst gerne ein like abo und und was sollen sie leute noch machen kommentieren und auf mein discord server kommt dass ihr auch verlosung schon teilnimmt also freunde bis bis dann euer spiele geamer tschüss tschüss mach mach